Hallo, wir von Multihawk stellen euch heute das neue Straßenreiniger Anbaugerät vor. Ein multifunktionell einsetzbares Anbaugerät. Es besteht aus drei Teilen. In der Mitte befindet sich der Oberflächenreiniger, vorne ein Hochdrucksprühbalken und des Weiteren eine Hochdruckhandlanze. Der Oberflächenreiniger arbeitet mit einer 200 Bar Pumpe und bis zu 50 Litern die Minute. An dem Oberflächendeck sind drei rotierende Düsen, die sich sehr schnell drehen angebracht und dabei sehr viel Schmutz vom Boden lösen können. Perfekt zum Reinigen von Asphalt und Betonwegen. Was wirklich sehr gut bei dem Anbaugerät gelöst wurde, ist die Kombination des Oberflächendecks und dem Hochdrucksprühbalken. Denn normalerweise hat man hinter dem Fahrzeug den zuvor abgemachten Dreck und dreckiges Wasser. Bei nochmaligen Fahren, jetzt aber mit dem Sprühbalken, wäscht man das dreckige Wasser weg und die saubere Oberfläche und sauberes Wasser bleibt übrig. Eine sehr effektive Lösung. Des Weiteren hat man noch eine Handlanze für schwer zu reinigende Bereiche wie Handgriffe, Bänke oder Schilder. Zusätzlich und praktisch an der Maschine ist, dass sie auch zum Desinfizieren genutzt werden kann. Dazu reduziert man den Druck und die Wassermenge und mischt Desinfektionsmittel mit in den Tank. Gerade in der Corona-Zeit verwenden viele Länder Desinfektionsmittel zum Reinigen von öffentlichen Bereichen. Auf unserem CX können wir ein Wasserfass vom Volumen von 1000 Liter mitnehmen und es bleibt dabei sehr kompakt, sodass auch enge Bereiche kein Problem darstellen. Durch die hohe mitgeführte Wassermenge hat man eine sehr gute Laufzeit, in der man viele verschiedene Reinigungen vornehmen kann. Das Ganze ist eine großartige Lösung mit dem Multi-Hock und dem Straßenreiniger. Sehr effektiv und komfortabel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017